... ... ... ... Ja. Ja. So ein Möchtegern kommt ihr her. 50-50, 20.000. Du weißt, was du zu tun hast. Was war das, Mann? Hör mal zu, ich habe eine korrekte Aktion. Da ist so eine, da kommt gleich einer, der wird 20 Millionen für so eine Alte geben. 20 Millionen? Ja, du weißt ja, damit er so ein bisschen mitdenkt, ich kenne ein paar gute Klicks für dich. Das ist Palabenpolitik, ja. Die hat so getan, dass er dir so eine Person und solche Sachen hat gesagt, der kommt jetzt gleich mit 20 Millionen und so. Die kriegt oder seine Mutter direkt. Kein Problem. Und wann kommt der? Der kommt jetzt gleich, ja? Wer ist das? Kennst du denn? Ist das jemand? Irgendein Freier, ja? Kleiner Lauch. Okay, komm, wir ficken seine Mutter direkt. Ich bin dabei. 20 Minuten Cash. Direkt, Bruder. Okay, dann haben wir mit Arm auf die Kacke, ja, Bruder. Tschech zu Pitschko, her mit dem Mikro. Rotlicht auf mein Gött, komm zu meiner Piepshow. Ich bin Frankfurterin aus Bahnhofswitzel. Lila ne durchfeier Außenbanken-Business. Doch ab und zu kommt ein Hass an wie du. Versucht zu posieren und ich lasse es zu. Weil er groß ist, an am Brunspritz. Cook stickt mit Glatze und Batzen für Schwarzen. Oh, shit, heck, ah, darauf steht er wahr. Und er verspricht mir die besten FKK's. Erzählt was von Privatadressen mit Überumsetzen. Ich will zu dir, doch mein Peso wird stressen normal. Mein Peso will 20 Abstand. Doch ich will deinen Namen tätowiert über mein Arsch haben. Und dann mach ich dir locker ne Mille am Tag ein Monat. Und du hast deinen Abstand. Danach wird Profit gemacht. Was ich verdien, geb ich komplett dir ab. Jetzt riecht was an auf einmal ganz dicke Cojones. Er will mich abkaufen und holt 20.000. Ich rufe bei CEO an und sag ihm die Lage. Er versteht und sagt, die Pamp ist geladen. Hassan ist zurück, überglücklich, hat 20 dabei. Grinst nett, statt mich kriegst du nur ballerndes Blei. Zu viele Schwätzer machen auf Wappa. Zu viele Striche machen auf Kassa. Zu viele Pizzas wollen Nutten rippen. Bitte hört auf Dicker in den Kopf zu spritzen. Zu viele Schwätzer machen auf Wappa. Zu viele Striche machen auf Kassa. Zu viele Pizzas wollen Nutten rippen. Bitte hört auf Dicker in den Kopf zu spritzen. Alle meine Schwestern sagen, lass das schuften. Schicksal trag die Last auf Schultern. Papa ist drin, LL mit SV. Mein Bruder hat Glück, kommt zwei Drittel raus. Scheiße, ich brauch Geld zum Überleben. Also hör auf mit mir über Leben zu reden. Alles oder nix. Para vom Strich. Laba kein Triss. Was? Rapper sind Pessos. Brennpunkt Bahnhof bis Konstabler Wache. Benz von Brabus, weil ich konstant eins schaffe. Und bei CEO zahlst du 50 Euro Programm. Bei mir gibt's ein 50 Euro Programm. Ich komm französisch verkehrt. Damit mach ich Geld wie Paris Sardinier. Realität. Schwester, geh du den Grabenweg. Ich kann das nicht, denn zu, 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 zu. Zu viele Schwetzer machen auf Wappa. Zu viele Spricher machen auf Wasser. Zu viele Pizzas wollen Noten rippen. Bitte hört auf DKA in den Kopf gesprüft. Ah! Zu viele Schwetzer machen auf Wappa. Zu viele Spricher machen auf Wasser. Zu viele Pizzas wollen Noten rippen. Bitte hört auf DKA in den Kopf gesprüft. Ah! Oh! 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 Tieneer, das müssen! Tieneer! Tieneer! Tap, diese پoni sera gelösten nach dem unten. Taier, das muss man auch gerne sehen! Ja! Ja! Dann auch gerne gerne! Tieneer nach dem Paいい! bravery kommenaitzen, Ja!